willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich hoffe ihr hattet auch so einen gelungenen liga start wie ich es hier hatte also irgendwie mit dem ratus elfer der ist so flucht ich glaube ich glaube er ist ein bisschen verflucht also guckt euch das drama hier an aber das drama war kein drama war eher ein hardware drama denn ja es gibt ja prioritäten die man so ein bisschen setzen muss und in diesem angriff hier den habe ich draußen gemacht am handy da ist mir da bin ich an tisch gekommen dann ist mein bier umgefallen dann habe ich das handy aus hand verloren ihr wisst schon ich wollte das bier retten da ist mein handy hingefallen und zwar man müsste man man sieht das eigentlich oder man merkt das eigentlich ganz ganz genau wo das passiert ist denn ich habe hier mit der queen nicht weitergemacht ich habe die nicht gezündet gar nichts dann habe ich sie irgendwo wieder aufgesammelt habe dann gesehen alter clash of clans ist ja noch da so ein glück aber glück im unglück naja er weniger und habe jetzt aber gedacht naja kommt dann haus jetzt seine deine luns hier raus deine hunde hier raus und ihr seht das aber ich habe ziemlich viele lava welpen gegen mich und die kommen jetzt auch auf meine hunde erst mal zu aber auch da habe ich immer noch gedacht naja das machen jetzt gleich die welpen ich habe nur ein bisschen wenig lakaien offen auf dem start gab bzw in meinem feld gehabt da seht das und ich habe erst 40 prozent adler ballert die ganze zeit meine truppen werden nach außen gezogen die hunde fliegen eigentlich gar nicht mal so schlecht aber die ganze zeit knabbern da auch die die klein welpen an meinen an meinen loons und da kommen die nicht wirklich weil es schaffen jetzt den adler auch nicht mehr das war eigentlich der casus nacktus hier 46 prozent und die welpen immer noch da ich habe jetzt meine clean up minion schon im feld gehabt und damit wurde das mal nichts ja da kommt doch jetzt noch der ballon auf meine eine bogenschützin die habe ich alle ein bisschen spät gesetzt weil ich ein bisschen spät gesehen habe toto das wird nichts irgendwie bin ich mit dem rathaus elfer hier ein bisschen verflucht in der letzten liga habe ich auch schon so eine dinger gebracht hier und gerade bei so einem ergebnis wären zwei sterne hätten hier sicherlich noch mal ein bisschen was gerissen wir haben trotzdem 35 22 gewonnen allerdings hatte der andere clan der mit uns hier oben im moment mitspielt auch 35 sterne und es hätten 37 werden können wenn ich sogar 38 je nachdem wie dolle ich denn jetzt abgeschnitten hätte da ich ja jetzt nicht so wirklich gut abgeschnitten habe naja liga start gelungen ich hoffe bei euch ist der liga start ähnlich gut oder ähnlich schlecht gelungen ihr werdet in dieser woche noch reichlich lieber von mir sehen ich kann natürlich auch einigen clans etwas zeigen auch aus dem klaren herausforderer hier wenn auch gleich nicht jetzt muss ich mal eben schauen war hier hier sind wir im aktuellen clan klick da habe ich krieg da habe ich zwei sterne geholt aber es gibt natürlich besser denn hier unten haben dann einige auch schon mal ein dreier gut wen nehmen wir jetzt mal mit den gucken wir uns denn jetzt an ich würde mal sagen wir nehmen mal den letzten hier also ich auf jeden fall was das ligamaking oder matchmaking angeht was es ja nicht wirklich gibt dieses mal lagen wir glaube ich richtig wir sind nur elfer und zwölfer hier beim klaren herausforderer und es hat sich auch herausgestellt auch unser gegner ist uns unsere bisherigen gegner sind genauso aufgestellt also sehr sehr ähnlich passt natürlich super gut und wo fängt dann eigentlich an ein und das ist allerdings jetzt der der mika ist schon ein bisschen länger rathaus 11 und sein gegner ist jetzt mal gerade so 11 ich habe mir das profil eben angeschaut mit klein worden aber das war max rathaus 10er also respekt hier so ein schönes 10er dorf dann doch zum elfer irgendwann mal zu machen viele spielen ja in 10er ganz ganz exzessiv und holen damit ihre sterne aber so ist er hier mit in der liga drin und ich denke mal auch vom wie gesagt vom making her vom matchmaking oder vom ligamaking her kann man ja nicht wirklich von sprechen ist das absolut in ordnung hier glaube ich die liga wo die herausforderung spielen ist herausfordernd es ist es macht spaß das muss ich da muss ich ganz klar dazu sagen nicht weil wir jetzt den ersten krieg gewonnen haben und vielleicht auch den zweiten gewinnen das wissen wir noch nicht denn nicht nicht nur ich bin hier der fehler sondern der ein oder andere fehlt dann auch mal ist aber alles nicht so schlimm habe ich dann auch geschrieben leute ist ist es ist ein spiel lassen spaß haben und gut ist hier also hier geht es auch nicht ums auf oder absteigen denke ich mal liga halten reicht hier dann können wir die nächste saison auch noch genauso spielen und müssen jetzt nicht noch ohne ohne ende aufrüsten weißt du so nur zwölfer oder so oder noch weniger elfer mehr zwölfer wir sind jetzt schon in der normalen laufzeit hier glaube ich ich habe mal so ein bisschen durchgezählt zehn zwölfer mittlerweile hier auch im clan das hat sich auch ein ein bisschen entwickelt klar die leute leveln ihre rathäuser leveln ihre helden und irgendwann gehen sie dann natürlich auf rathaus 12 schön schön der slammer hier reingekommen der slammer kriegt immer noch keinen beschuss allerdings hätte er jetzt auch die beiden tesla da oben mitnehmen können das macht er jetzt erst geht er doch auf oder schafft er das wohl aber der die pecker damit hilft okay da hat er noch ein paar loons drin ist natürlich ein bisschen ärgerlich hier unten wartet noch eine queen auf ihn und auf die loons und auch auf die bodentruppen aber die bodentruppen ihr seht das da ist immer noch die queen dabei da sind noch zwei pecker damen glaube ich ein paar bowler und die gehen jetzt ein bisschen außen rum die haben jetzt auch noch immer oder sind immer noch in der ort in der worten aura da sind die los jetzt gerade so noch drin das heißt ja ein bisschen mehr treffer punkte dann dauert es auch ein bisschen bis die fallen schnell an der queen vorbei hier die hinweg gefrostet kann man machen kann man machen man muss nur ideen haben jetzt kann die queen auch ruhig die loons hier abschließen das macht nichts an der stelle denn ich glaube man muss die queen nicht schaffen man muss nur die man muss nur die platte schaffen denn die queen hier ist nämlich nicht dauerung gegangen und trotzdem sind das 100 doch sie ist doch noch dauerung gegangen ganz ganz zum schluss okay ich habe was live ich hoffe auf unserer seite ich gucke mal ihr wollen es ist auf unserer seite es ist der home button hier ganz ganz frisch rathaus 12 also wirklich super super frisch mit max rathaus 11 truppen hat er gehabt also der home button war hier auch ein rathaus 11 voll max out also völlig fertig manchmal auch von den angriffen her ich meine ist aber eigentlich ist ein stabiler jeder hat mal so einen richtigen tag dazwischen jeder hat mal so einen richtigen sonne so ein fehlangriff und ich kann mir vorstellen dass der home button hier jetzt auch gerade kurz truppen rechts rum truppen links rum nix in der mitte auch nicht schlecht gucken wir mal wie das rathaus erreichen will ist das ein ähnliches rathaus wie er hat also noch nicht in voller ausbaustufe sondern erst level 3 ist das level 4 mit dem großen gatter also schießt schon ein bisschen bisschen härter mal sehen jetzt werden die truppen in die mitte reingezogen gucken wir mal dass die hier jetzt vielleicht noch den sprung nehmen oder sowas oder den er nicht mehr hat 3 das wird ganz ganz eng jetzt kommt erst die klanburg daraus oha 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 das wird glaube ich ein einsterniger fehl manchmal fasst du dich natürlich ich meine ich mache es ja auch nicht immer so manchmal frage ich warum gehen die leute hier so hart auf die drei sterne klar man will drei sterne haben aber safe 2 reichen doch in der liege erstmal erstmal hätten sie gereicht hier Jetzt haben wir schon zwei Einser hintereinander hier. So werden wir hier natürlich sicherlich nicht gewinnen, aber wir werden womöglich die Liga hier halten. Und ich meine, die zwei Sterne wären hier locker drin gewesen, nimmst du als Rathaus mit und ein bisschen was drumherum. Aber so hat es natürlich auf drei probiert hier. Wir haben eben schon einen Einsterner hier oben gehabt, haben noch einen Einsterner hier unten gehabt. Ach nee, das war der von Homebutton. Und, oh, Alter, wie viele Einsterner haben wir denn jetzt hier? Vier Einsterner schon. Aber ich glaube, es waren auch ein paar ganz, ganz Knappe dabei hier. Der Herr Stranski, gucken wir mal, was der sich hat einfallen lassen auf diese komische Base. Naja, komische Base, sei es drum. Funnel erstmal mit Elektro-Drachen, okay. Ziemlich teurer Funnel, also das sind immerhin 60 Truppenplatz, die man hier nur für ein Funnel verbrät. Ich finde das, manchmal ist es ein bisschen viel, mir fällt ja auch nicht immer was ein. Aber ich glaube, das kann man auch billiger haben, wenn man einen Loon nimmt und vielleicht einen Babydrachen oder so. Denn so ist das dann schon ein teures Ding. Jetzt siehst du, Pekka geht schon mal außen hin. Die Karre fährt so ganz allein da zum Rat aus, da ist auch tatsächlich nichts. Da ist tatsächlich nichts. Jetzt kommen hier zwei Ice-Golems raus und ein Babydrache. Ja, gute CB, würde ich jetzt mal sagen. Gibt sicherlich effektivere CBs, aber ihr seht das, die sind jetzt erstmal komplett im Frost gleich zu Anfang und kriegen extremst Beschuss hier. Der Sprungzauber geht hier super durch die Mitte durch und die Truppen zieht es jetzt aber trotzdem so ein bisschen nach außen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn jetzt nicht alle hier den Sprungzauber nehmen. Und naja, sei es drum, ist ganz blub blub blub. Ah shit, jetzt hatte ich gerade einen Wackler hier. Auch nicht schlecht. Und ja, jetzt hat sich die Truppen so ein bisschen nach außen gezogen. Es haben ganz, ganz wenige den Sprung, glaube ich, genommen. Ich habe aber heute auch schon epische Heilsauber gesehen und was auch immer. Macht aber alles nichts. Macht aber alles nichts. Macht ja genauso eine Böcke. Und könnte mich auch selber kaputt dokumentieren an meinen komischen Angriffen. Ja, an meinen komischen Angriffen immerhin. Stranzki hier mit 62%. Da geht sicherlich noch ein bisschen was. Ganz stabil. Also zwei Sterne hätten hier locker gereicht. Gerade vor allen Dingen, weil wir den unteren Bereich so gut aufgeräumt haben. Hätten wir eigentlich so getreu dem Motto, wir machen, der Rest macht bitte safe zwei. Und dann ist das gewesen. Das reicht. Ne, vier Einsterne haben wir jetzt schon hingelegt. Das ist echt schon viel. Das ist echt wirklich, wirklich schon viel. Und es gab auch eben schon so ein kleines Tumult im Chat. So nach dem Motto, Leute, zwei reichen doch ganz safe mit was auch immer Elektro-Drachen irgendwas übers Rathaus schicken. Und zwei, irgendwie zwei Sterne reinfahren. Denn der Gegner hat jetzt schön lange abgewartet. Hat noch vier Angriffe. Und hat auch 22 Sterne mittlerweile. Das heißt, wenn die immer schön ihre zwei Sterne abliefern, dann sind die bei 30. Und bei 30, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Außer der Marco haut hier noch die Nummer, welche ist es denn hier, diese Nummer hier komplett auf drei Sterne, dass wir noch auf 30 kommen. Also ist ja sehr, sehr ärgerlich. Muss ich, muss ich jetzt selber mal so sehen. Ich habe jetzt den Kriegen auch nicht verfolgt. Ich habe unheimlich früh angegriffen. Ich habe alle meine CK-Angriffe ganz, ganz früh gemacht, weil ich genau wusste, heute hast du nicht so viel Zeit dazu. Und abends wird es mir dann schon ein bisschen eng mit den ganzen Accounts anzugreifen, zu planen, zu bauen und so weiter. Deswegen habe ich das alles schon in den gestrigen Abend verlegt. 52 Minuten hier noch. Also die vier Angriffe tun wirklich weh. Das hätte nicht tun sein sollen. Aber was willst du machen? Naja, hier unten, wie gesagt, eigentlich schöne Dreier geholt. Und dann nach oben hin so einen Bockmist gemacht. Der Manuel hier sicherlich, ach ne, der Manuel mal nicht mit Hox. Der Manuel ist eigentlich ein Hawk Rider Typ. Diesmal, und das ist auch eine echt geile Hawk Rider Base, oder? Eieiei, die hätte man auch, glaube ich, mit Hox machen können. Man muss natürlich die Queen rausnehmen. Aber auch hier 60 Truppen Platz Pfanne. Und man muss dann immer sehen, wie der Value ist. Also was erreiche ich eigentlich jetzt mit meinen Elektro-Drachen? Oh, hier unten schon die Tornado-Falle. Okay, das stört den Drachen aber immer noch nicht. Ihr seht, der Elektro-Drache nimmt noch richtig viel raus. Der oben auch. Der wird nur ein bisschen weggeschoben. Immer das ein bisschen ärgerlich. Dann kommt der nämlich nicht, oder so gut wie nicht, mehr zum Schuss. Macht aber nichts. Der Elektro-Drache hier unten ist jetzt Geschichte. Und es geht hier mit Pekka-Bowett rein. Okay, Pekka-Bowett habe ich länger nicht gesehen bei uns. Mal sehen, warum er sich das gedacht hat. Bestimmt wegen einer Single-Entfernung hier. Aber es muss natürlich noch ein bisschen mehr down gehen. Zumindest der Flächenschaden da oben müsste noch irgendwie weggehen. Aber für den oberen Flächenschaden hat er den Slammer hier. Und jetzt kommt auch der Elektro-Drache richtig da hinten in Wallung. Das heißt, er nimmt jetzt noch mal richtig viel raus. Der Slammer hat jetzt... Ah ja, okay. Der Slammer lenkt jetzt den Magiertum ab. Und so können im hinteren Bereich schön die Beds mit abräumen. Super Angriff hier. Was sagt ihr? War gut? Ja, war glaube ich sehr, sehr gut. Würde ich mal so sagen. 11 auf 11 hier. Und außen war es jetzt auch das mit dem letzten Lager. Jetzt fliegen die noch mal zu den großen Lagern. Die Beds sind dann beim Abräumen nicht mehr ganz so stark. Aber mit den Luns hier oben, guckt euch das an, wie viele Truppen er immer noch auf dem Feld hat. Hier alle drei Helden leben hier noch. King, Queen und der Warden. Das ist natürlich krank. Ich meine, okay, die wurden natürlich auch immer wieder hochgehalten. Aber ich glaube, das war echt ein cooler Angriff hier. Schön gemacht hier. Von Manuel 14 auf 14. Und das hätten wir eigentlich ausbauen müssen. Hätte, hätte, Fahrrad, Schloss, ihr wirst das. Ja. Liga schreibt immer andere Gesetze. Das ist genau wie der DFB-Pokal oder so. Aber egal. Level geht weiter. Und ich denke mal, die Liga hier geht auch weiter. Ich mache jetzt auch einfach weiter. Ich nehme jetzt einfach weiter auf für euch so ein bisschen. Aus den anderen Ligen, wo ich noch bin, da gibt es auch noch kuriose Sachen. Da gibt es ein paar Farbmöhe, Farbmerkwürdigkeiten, die ich noch habe. Aber lasst euch einfach überraschen. Ich freue mich, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach am Ende, das nehme ich jetzt, einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und auch diese komische Glocke stellen, damit ihr kein Video oder was auch immer von mir verpasst. Bis dahin, euer Toto. Sehr schön.